Cashflow ist King. Der Nummer 1 Fehler, den Anfänger machen, den ich ebenfalls gemacht habe, ist der, dass sich die Menschen nicht darauf fokussieren, Cashflow aufzubauen. Und mit Cashflow ist gemeint, sich ein Geschäft auszusuchen, was permanent immer wieder stabile Umsätze bringt. Den größten Fehler, den Anfänger machen, ist, dass sie sich erstmal auf Geschäfte fokussieren, wie zum Beispiel Affiliate-Marketing, Kurse verkaufen, Immobilien zum Beispiel, dass sie Dropshipping ausprobieren, dass sie Amazon FBA ausprobieren, Kryptowährungen oder sonstige Dinge, die dazu führen, dass du jedes Mal investieren musst, um nachher einmal Geld von einem Kunden, einmal Geld von einem Investment oder ähnlichem zu kriegen, statt dafür zu sorgen, dass du dir ein Business aussuchst, mit dem du an einem Kunden permanent verdienst und wo du kaum bis gar nichts an Startkapital aufwenden musst, um tatsächlich diesen Cashflow aufbauen zu können. Und wir brauchen nicht lange drum herum zu gehen, das beste Geschäftsmodell in meinen Augen ist eine eigene Social Media Agentur aufzubauen, unabhängig davon, was du jetzt vorhast oder nicht. Nimm diesen Tipp mit, Cashflow ist King, aus folgendem Hintergrund. Denn, wenn du das erste Mal Geld verdienst, geht es darum, dass Geld ein Hebel ist. Wenn du dir die drei Hebelwirkungen anguckst, die du permanent hast, nur aufs oberste runtergebrochen, dann ist es Geld, es ist Zeit und es sind Fähigkeiten. Zu Beginn investierst du deine Zeit und deine Fähigkeiten, um Geld zu produzieren. Im Anschluss hast du Geld. Geld nutzt du jetzt, um deine Fähigkeiten auszubauen, indem du Zeit investierst, um nachher mit weniger Zeit über deine Fähigkeiten mehr Geld verdienen zu können. Irgendwann kommst du an ein Limit, wo du alleine nicht mehr weiterkommst. Das bedeutet, du musst jetzt dein Geld nutzen, um mehr Zeit zu kriegen. Und mehr Zeit kriegst du durch bestimmte Tools, Automatisierungen, Software etc., die du nutzen kannst, um dir eben Zeit einzukaufen hinten raus. Jetzt kannst du aber auch hingehen und Mitarbeiter einstellen, Freiberufler einstellen, Menschen, die dir helfen. Weil diese Menschen, da kannst du wieder Geld nehmen, um dir Zeit nachher zu holen. Hinten raus stellst du aber fest, dass diese Menschen es nicht schaffen, in der gleichen Zeit genauso viel Geld zu produzieren für dich, wie du es schaffst für dein eigenes Geschäft. Hat verschiedene Gründe, ist auch nicht Thema dieses Videos. Was du jetzt aber meistens machen musst, ist wieder dein Geld zu investieren, um die Fähigkeiten dieser Menschen auszubauen, damit sie mehr Geld aus ihrer Zeit rausholen, die sie bei dir investieren, um für dich oder mit dir zu arbeiten, aufgrund dessen, dass sie bessere Fähigkeiten haben. Und das sind die drei Haupthebel, die du permanent nachher nutzt. Und damit du diese Hebel maximal nutzen kannst, weil wie du gemerkt hast, brauchst du eigentlich fast immer Geld, um nachher eben Fähigkeiten zu pushen oder um nachher Zeit zu pushen, solltest du dich am Anfang darauf fokussieren, von Anfang an ein Business zu haben, was große Margen hat. Wenn du im E-Commerce bist, im Dropshipping, im Reselling von irgendetwas, ja, oder auch im Investmentbereich, dann hast du ganz, ganz, ganz kleine Margen meistens. Du musst viel Geld investieren, du musst lange warten und du hast häufig kleine Margen, die nachher zurückkommen. Und gleichzeitig das Problem, dass du meistens an einem Kunden nur einmal verdienst. Manchmal, wenn du einen guten Online-Shop oder ähnliches aufgebaut hast, kannst du auch mehrfach an einem Kunden mitverdienen. Aber im Agenturgeschäft und auch generell in anderen Dienstleistungsbereichen hast du die Möglichkeit, einen Kunden einmal zu gewinnen. Das über deine Zeit. Du musst nicht mal Geld in Werbung oder sonst was investieren und der zahlt dir jeden Monat 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, manche auch 10.000, 20.000 Euro pro Monat und das jeden Monat, was dir permanent einen Cashflow bringt. Was dir nachher auch Zeit gibt, bestimmte Dinge auszubauen und aufzubauen und dir vor allem die Möglichkeit gibt, dein Cashflow nachher zu erhöhen mit jedem neuen Kunden, den du hinzufügst. Und hier ist das Wichtigste, fang an, dein Geld zu sparen dadurch. Fang an, diesen Cashflow aufzubauen und fang an, deine Kosten niedrig zu halten. Denn das Erste, was ich festgestellt habe für mich, ist, als ich angefangen habe, Mitarbeiter aufzubauen, Systeme und allem drumherum, dass ich mit weniger Umsatz mehr Geld übrig hatte für mich, als zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Umsatz hochgepusht habe. Das heißt, die Kurve war die, ich war alleine, habe gutes Geld verdient und mir ist fast alles übrig geblieben, weil ich hatte ja nur mich zu bezahlen und vielleicht ein paar Tools. Später habe ich dieses Geld genutzt, Mitarbeiter eingestellt, der Umsatz ist hochgegangen, aber der Profit ist runtergegangen, aufgrund dessen, dass ich mehr Geld in Mitarbeiter investieren musste und mehr Geld nachher in Systeme, in Tools und sonstige Dinge investieren musste, in den Ausbau der Fähigkeiten. Wodurch der Umsatz zwar hoch war, aber der Profit ging runter. Das heißt, mir ist weniger übrig geblieben bei mehr Umsatz, bei einem größeren Apparat hinten raus, als zu dem Zeitpunkt, wo ich das alleine gemacht habe. Das Ziel ist natürlich nicht, das alles alleine zu machen, weil das, was ich im Gegenzug dafür bekommen habe, war Freiheit, die ich mir damit geholt habe. Gleichzeitig aber möchtest du ja, während du den Umsatz steigerst, auch dein Profit hinten raus ebenfalls miterhöhen. Das heißt also, das ist natürlich eine Achterbahnfahrt, ich sage mal, so eine Kurve, die du dann gehst, wo du viel lernst, wo du weißt, okay, was ist nötig, was ist nicht so nötig, wie kannst du es optimieren, um dann den Profit entsprechend dem Umsatz hinten raus anzupassen. Aber um diese Kurve zu überleben, brauchst du entsprechenden Puffer, den du dir vorher aufbaust und entsprechenden Cashflow, den du nachher hast, der das Ganze abfedert und dir auch Investitionsmöglichkeiten gibt. Und deshalb mach nicht den Fehler als Anfänger, zu früh in Werbung, in Mitarbeiter oder in ein Business zu investieren, was dich zu viel Geld kostet, permanent, ja, also dass du zum Cashflow von anderen wirst, während dir selber zu wenig Cashflow nachher übrig bleibt und du hinten raus feststellst, dass es dir alleine irgendwie besser ging als vorher und du die Kurve nicht kriegst. Weil jetzt haben wir die Kurve gekriegt, ja, aber das war ein Prozess, den wir erstmal gehen mussten und es hat auch ein Weilchen gedauert, bis ich die Entscheidung getroffen habe, überhaupt ein Team aufzubauen und meine Ressourcen und meine Zeit nachher zu erweitern. Und dementsprechend ist das das, was ich jedem empfehle, egal wenn mich ein 18-Jähriger fragt, auch die Jungs und Mädels, die bei mir verkaufen oder sonst wo. Den ersten Tipp, den ich denen gebe, ist ganz ehrlich, bleib bei deinen Eltern wohnen, hol dir kein Auto, ja, du musst keine Miete zahlen, du musst deine Wäsche nicht waschen, du bist irgendwie in der Familienversicherung oder, oder. Spar jeden Euro, den du kriegst. Hör auf, dir eine Rolex holen zu wollen, hör auf, Urlaub machen zu wollen oder sonst was, nur weil du denkst, dass dir so viel übrig bleibt. Dein 20-jähriges Ich, dein 22-jähriges Ich, dein 30-jähriges Ich, wie alt auch immer du bist, wird es dir nachher danken, dass du in diesen Momenten etwas sparsamer warst und man nennt es delayed gratification in dem Sinne, ja. Das heißt also, dass du die Dankbarkeit in Form dessen, wie du es dir nachher auszahlst, mit einem Urlaub, schick essen gehen oder, oder, dass du es, wenn du es erst später machst, dass du es dir selbst danken wirst in Zukunft, weil das nachher der Moment war, der dir mehr Hebelwirkung gegeben hat, um später alles viel entspannter, viel besser, viel durchdachter und richtiger umzusetzen. In diesem Sinne, klick unten auf den Link, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, abonnier den Kanal, schreib mir eine DM auf Instagram, wenn du Fragen hast. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Dein Nick, bis dann, ciao.